Hallo Booktube, willkommen, ihr seid auf dem Kanal Schundleser gelandet, mein Name ist Thomas. Ich spreche über Literatur, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, will ich öfters auch über Kriminalliteratur sprechen. Heute geht es um eine Form Krimi, die lange Zeit vielen Lesern und auch Akademikern als die einzig wahre Form des Krimis galt, als der Krimi schlechthin, nämlich die vor allem in Großbritannien blühende Variante des Rätselkrimis, des Knobelkrimis. Manche sagen, weil er dort oft spielt, aber schon das ist ein Klischee, das nicht auf alle zutrifft. Des Landhauskrimis, des Häkelkrimis, wie dann abfällig auch gesagt wird, weil die Plots so gehäkelt scheinen oder weil es was ist, was so langweilig ist wie Häkeln, meinen die Menschen, die dann diesen Begriff verwenden. Aber Akademiker sagten dann gerne, das hat eine erkennbare Form, das unterscheidet sich von anderer Literatur, das kann man klar fassen, das ist Krimi, über den können wir theoretisieren. Für Leser ist das nicht so wichtig, was sich die Akademiker dazu ausgedacht haben. Für Leser ist, glaube ich, ein anderer Begriff sehr viel wichtiger, bei diesen ganzen Houdanits, nämlich Cozy Crime. Das ist ein modernes, hier auch Booktube-relevantes Stichwort, Cozy Crime. Nicht alles, was man als Cozy Crime bezeichnet, ist klassischer, britischer oder amerikanischer Houdanit. Also so eine klare Alibi, Fährten, Spuren, Siebung, bis man den Schuldigen hat. Aber umgekehrt, das Klischee gilt, jeder Houdanit sei Wohlfühlkrimi, sei schnuckeliger, gemütlicher Einkuschelkrimi. Ein Spiel, das uns die Welt vergessen lässt. Wir sollen uns darauf konzentrieren, in diesem völlig künstlichen Mordfall, meistens gelegentlich ist es mal ein Diebstahlsfall, wer war es denn? Kriege ich es schneller raus als der Detektiv, beziehungsweise kann ich Kräfte messen mit dem Autor, mit der Autorin, die da als erfahrene Profis ein Rätsel schnüren, kann ich es aufknobeln. Das ist angeblich die Freude, der Spaß, die besondere Qualität dieser Houdanits. Und dafür werden Houdanits eben sowohl innig geliebt, als auch innig gehasst. Es gibt ja viele Menschen, ich gehörte früher zu ihnen, muss ich zugeben, die sagen, diese Art Krimi ist mechanisch, ist oft schlecht erzählt, hat sehr dünne Charaktere und belastet mit ihrer wenig ergiebigen Erzählform den Ruf von Krimi überhaupt. Der Houdanit ist das Bleigewicht, das an den Füßen der Kriminalliteratur hängt und verhindert, dass sie in den Augen der anderen Leser in der Achtung der literarisch Interessierten höher steigen, die Krimis. Weil alle dann immer nur Houdanit vor Augen haben und Houdanits taugen nichts. Dieses Klischee von Seiten der Wohlmeinenden wie von Seiten der Übelmeinenden wird heute in der Werbung quasi fortgesetzt, wenn man dann immer was anpreist als Cozy Crime. Denn da gibt es ja so eine kleine Renaissance. Die Resselkrimis waren schon sehr lang geschrieben. Man könnte auch sagen, am Anfang der modernen Kriminalliteratur im 19. Jahrhundert bei Edgar Allan Poe steht eben dieses Analytische, dieses Sieben von Bewegungen, von Spuren, von Indizien. Aber da ist es ernster gemeint. Da spreche ich nochmal in einem anderen Video drüber. Denn die ganz große Erfolgsfigur dieser frühen rationalen Kriminalliteratur ist ja Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle, der direkte Nachfolger der Detektivfigur bei Edgar Allan Poe. Aber da passiert was zwischen den Sherlock-Holmes-Geschichten und dem Cozy Crime, dem Houdanit, der in den 20er und 30er Jahren in Großbritannien, also zwischen den beiden Weltkriegen, blüht. Und da ist schon sowas da, so ein Bedürfnis nach Ablenkung, so ein Bedürfnis nach Rückzug. Das will ich gar nicht bestreiten. Es gibt Autoren, in deren Biografie man das finden kann, was dann aber auch gleich misstrauisch machen sollte. Da gibt es einen zum Beispiel, der fängt überhaupt das Schreiben an, 1915 im Ersten Weltkrieg, er ist Soldat, er sagt, er muss sich da ablenken. Hier im Krieg, vom Krieg, er muss irgendwie ab und an wenigstens auf andere Gedanken kommen. Er muss raus, dass er nicht, ja, verroht, verblödet, abstumpft oder durchdreht, völlig traumatisiert wird. So fängt er zu schreiben an und er hat solchen Spaß daran, an der Errettung durch Literatur, durch Schreiben, es geht da erstmal gar nicht ums Geldverdienen, dass er später damit weitermacht. Der Mann heißt A. A. Milne und er ist bekannt geworden, später und bekannt geblieben durch Kinderbücher. Er ist der Erfinder von Winnie the Pooh. Aber er hat dann eben auch Kriminalliteratur geschrieben. Da hätten wir solch einen Zeugen, der sagt, ja, die Art Bücher, die ich schreibe, sind dazu da, aus der Wirklichkeit aussteigen zu dürfen. Die Welt, die Realität für eine Weile hinter sich lassen zu dürfen. Aber zugleich, wenn wir uns anschauen, was der Anfang ist, die schützten Gräben des Ersten Weltkriegs, dann kann man doch jemand nicht verübeln, dass er da aussteigt. Halte diesen Gedanken mal für einen Moment fest, denn jetzt will ich euch was vorlesen. Nur ganz kurz, nur zwei Sätze. Es ist der Anfang eines Kriminalromans, am Ende des Golden Age. Der Autor nennt sich Nicholas Blake, dazu später mehr. Einer der Klassiker, großen Klassiker dieser Literaturart. Und 1940 hat er einen Roman geschrieben, der im Original heißt Malice in Wonderland. Ein Wortspiel, ganz klar erkennbar, mit Alice in Wonderland. Da geht so eine große Ferienanlage, so eine Art frühe Club-Mediterranee an der englischen Küste mit Bespaßung, mit Animation, mit die Urlauber in Schwung bringen, mit die Urlauber zu Gruppen zusammenbringen, damit sie auch einander beschäftigen mit irgendwelchen Spielchen und ihnen aber schon auch Angebote machen. Also, sie sollen lecker essen und sich jeden Abend fühlen wie im Restaurant und sie sollen Konzerte bekommen und anderes. Sehr moderne Art der Volkserholung in England. Und in diesem Ferienlager, von dem da erzählt wird, auf Deutsch heißt der Roman, es gibt ihn nämlich neu. Er ist Teil dieser neuen Freude an Cozy Crime geworden. Klett Kotter hat ihn übersetzen lassen. Er heißt auf Deutsch Tod im Wunderland. Wunderland eben, dieses Ferienlager. Und Malice, Alice in Wonderland, Das steht nicht nur im Titel. Es wird jemanden geben, der immer übleren Schabernack treibt, der die Ruhe oder den Spaß oder den Normalbetrieb dieser Ferienanlage, dieser sehr modernen, aufstört, was mehr und mehr zur Rufschädigung dieser Ferienanlage wird. Da geht es jetzt also vorerst nicht um Mord, obwohl der Gedanke irgendwann auftaucht. Könnte der Scherz, der nächste blöde Scherz zu weit gehen? Wenn der Mad Hatter, der verrückte Hutmacher, wie er sich nennt, also eine Figur aus Alice in Wonderland, wenn der es übertreibt, wenn der die Kontrolle verliert, könnte jemand ernstlich verletzt werden oder gar zur Ruhe kommen? Das ist die eine Frage. Die andere Frage, die dann auftaucht durch Hobbydetektive, die so weit denken, könnten all diese Scherze dazu dienen, einen von vornherein geplanten Mord zu vertuschen? Könnte es sein, wenn irgendjemand dann doch zu Tode kommen sollte, dass das immer schon das Ziel war und dass man das verstecken möchte, diesen geplanten Mord als Unfall, der, die zu Tode gekommen sind, dann ein Zufallsschabernack-Opfer. Da würde die Polizei dann ganz anders ermitteln, also nicht nach Motiven, nicht nach Opfer-Täter-Verbindungen suchen. Könnte das dahinter stecken, hinter all diesem Schabernack. Bevor wir aber in diesem Ferienlager sind, ihr merkt schon, kein Landhaus. Und der Detektiv wird auch erst auftauchen, ich glaube, nach so ungefähr 45% des Buches, Nigel Strangeways, der Detektiv, den Nicholas Blake immer wieder mal eingesetzt hat. Bis dahin sind andere Figuren am Grübeln, am Überlegen, am Dilettieren, auch am Wegreden der Bedrohlichkeit dessen, was da passiert in diesem Ferienlager. Manches passt da nicht zu dieser Vorstellung, dass es von Anfang an losgeht mit solch einem Wetträtseln zwischen Ermittler und Leser, Leserin. Aber jetzt gleich mal den Anfang, wie man da einsteigt, in eine angeblich völlig gemütliche Welt. Wir sind im Zweiten Weltkrieg, 1940. Und da fängt ein Cozy Crime, ein Roman, der uns also nach der Herentheorie zum Aussteigen aus dieser Realität verhelfen will, so an. Erstes Original. Young Mr. Perry was going to camp, not a territorial camp, nor a scout camp, nor yet a concentration camp. Also, wenn man das übersetzen würde, halbwegs getreulich, dann stünde da, der junge Mr. Perry fuhr ins Lager. Nicht in ein Ausbildungslager der Territorialarmee, also not a territorial camp, nor a scout camp. Scouts sind da tatsächlich die Pfadfinder. Was macht also Nicholas Blake? Der junge Mr. Perry fuhr ins Lager, nicht in ein Ausbildungslager der Territorialarmee, auch nicht in ein Pfadfinderlager. Also er bringt das Unnormale, das was auf den Krieg hinweist, dann bringt er danach was Normales, wo er dann auch ein bisschen zeigt, so jung ist Mr. Perry dann auch nicht mehr, dass er jetzt ins Pfadfinderlager führe. Da ist es fast schon wieder ein bisschen lustig, verschmunzelt nach der Territorialarmee, die an den Krieg erinnern. Und dann als drittes kommt aber kein Ausbildungslager der Territorialarmee, auch kein Pfadfinderlager, auch kein jedenfalls noch nicht steter Konzentrationslager. Und das ist natürlich absolut ein Schlag in die Magengrube. Noch kein Konzentrationslager. Anders wäre es ein blöder Witz, wenn da nicht dieses No, Jetzt stünde, dass er da ein Konzentrationslager dranhängt. Aber jetzt rüttelt er uns Lesende völlig auf. Er sagt, wir sind 1940 in England und noch denken wir nicht an Konzentrationslager. Aber die könnten kommen. Das sagt er hier. Das weist einerseits auf die mögliche Invasion durch Deutschland, die gewinnen den Krieg. Und zwar nicht so, dass wir aufgeben, kapitulieren, einfach klein beigeben, sondern so, dass wir die hier im Land haben, die die Macht übernehmen und die alle, die ihnen unbequem sind, in Konzentrationslager stecken, so wie sie das in ihrem Land auf dem Kontinent schon tun. Es könnte aber auch heißen, Blake hält es für möglich, dass sich die englische Gesellschaft in der Kriegswirtschaft so weit entwickelt, dass sie zu Hause auf eigenem Boden auch Konzentrationslager einrichten wird, für die, die nicht spuren. So oder so ist das ein brutaler Satz, mit dem dieser angebliche Cozy Crime anfängt. Und es wird ja dann trotzdem ein neckisches Spiel. Es wird kein Spionageroman, schon gar keiner mit dystopischen Zügen, der zeigen will, wie weit sich England schon auf dem Weg in einen eigenen Faschismus begeben hat oder der zeigen will, wie mürbe England ist, wie nahe dran diese faule Frucht ist, von der brutalen Hand Nazi-Deutschlands gepflückt und zerquetscht zu werden. Und nichts von dem. Es entwickelt sich dann schon anders. Aber es gibt immer wieder Stiche, kleine Stupfeleien, Hinweise auf eine reale weltpolitische Situation, dass hier dieses Fehlenlager, von dem erzählt wird, eben nur Ausstieg ist aus einer anderen Wirklichkeit. Dieser Roman denkt das mit. Er erinnert uns beständig dran, die, die hier gerade Urlaub machen, steigen aus, aus einer Welt, die ganz anders ist. Und damit erinnert er uns auch dran, dass wir lesende aussteigen aus einer Welt, die ganz anders ist. Das ist jetzt nun wirklich anders, als das Gescheh, es will von Houdanitz. Aber jetzt lese ich euch noch was vor, nämlich die neue deutsche Übersetzung. Wie fängt die an? Die fängt so an. Der junge Mr. Perry fuhr in ein Camp, aber kein Ausbildungs-Camp oder Erlebnis-Camp. Nein, es handelt sich tatsächlich um etwas gänzlich anderes. So geht es dann weiter wie auch das englische Original weitergeht. Also ihr merkt, das Konzentrationslager hat man mal ganz weggelassen. Und das Ausbildungs-Camp hat man zwar stehen lassen, man weiß offenbar, also die Übersetzerin weiß es, was ein Territorial Camp bedeutet. Aber sie erklärt das nicht. Sie lässt es so halb stehen. Was für ein Ausbildungs-Camp. Das ist nicht verstörend, das steht nur ein bisschen blöde und quer da. Und auch Erlebnis-Camp, warum nicht Pfadfinder-Lager? Der Verdacht ist natürlich, dass da auch nicht nur die Haltung am Werk war, ach, das verstehen die Leute heute nicht, da müsste man zu viel erklären oder das verstört die Leser zu sehr, weil sie an historische Wahrheiten herangeführt werden, sondern dass da Sensitivity-Reading im Spiel war. Mit dem verheerenden Einfluss, den es überall hat. Also dass da jemand sagte, das ist ein ganz böser, geschmackloser Witz, den dürfen wir nicht machen. Und wir lassen auch Pfadfinder-Lager lieber gleich weg. Den gab es bei dem Pfadfinder nicht, irgendwelche Missbrauchsgeschichten. Und Übergriffe von Verantwortlichen auf Schutzbefohlen, das sollte man da auch lieber nicht dran erinnern. Was auch immer. Der Stachel ist völlig gezogen. Und das kommt, ich habe den nicht ganz auf Deutsch gelesen, nur ein kleines Stückchen, das kommt aber an mehreren Stellen vor, dass man diese zeitgeschichtliche, die politische Variante rausnimmt, also diese kleinen Nadeln, die Nicholas Blake, in die weichen Kissen steckt, damit man immer mal wieder gekickt wird, wenn man sich gerade weich zurücksinken lässt. Und dann passiert es ja nun auch, dass, wenn man schon dabei ist, den Originaltext so, wie ich finde, dramatisch zu verändern und im Wesentlichen Teile seines ursprünglichen Charakters wegzunehmen, dass man dann auch nicht mehr so genau hinguckt. Denn wenn man sowieso schon willentlich verändert, dann kann man doch auch unwillentlich verändern, dann muss man doch nicht solche große Mühe aufwenden, nun wirklich jede Wendung des Textes genau hinzukriegen. Da passiert dann gleich am Anfang die Schlamperei, dass da eben steht, nein, es handelte sich tatsächlich um etwas gänzlich anderes, eine Ansiedlung, bei dessen Anblick sich jeder Nomade ungläubig die Augen gerieben hätte, bei dessen Anblick statt bei deren Anblick. Das ist eine Kleinigkeit, aber für mich eine bezeichnende. Ein paar Sätze weiter wird dann die Beschreibung einer Fabrik falsch übersetzt, wie die in der Landschaft liegt. Da werden falsche Bezüge hergestellt. Das kann mal passieren. Das sind Kurzschlüsse, die besten Übersetzer haben das. Dass sie weit gerade das Telefon läutet, weil ihm jemand aus der Familie was zuruft und sie beim Arbeiten stört. Dass ihnen die Gedanken durcheinander gebracht werden und dass sie fatalerweise nicht mehr zurück aufs Papier gucken, weil sie glauben, sie erinnern sich an das, was da steht und es so, wie sie es jetzt gerade hinschreiben, ja auch Sinn ergibt. Das kann passieren. Aber es passiert natürlich besonders dann, wenn man sich sowieso entschieden hat, dass der Originaltext nur formbare Masse ist. Und das passiert hier. Mir hat das, was ich gelesen habe von Nicholas Blakes Tod im Wunderland auf Deutsch überhaupt nicht gefallen, weil es überhaupt nicht den Geist des Originals wiedergibt. Damit haben wir was ganz Wichtiges, weil das immer wieder vorgekommen ist historisch, wenn auch nicht aus Gründen des Sensitivity Readings. Diese Houdanits sind früher oft grausam übersetzt und schurkig verstümmelt worden. Man hat die runtergekürzt, dass es auf eine bestimmte Seitenanzahl passt. Man hat es Leuten in die Hand gegeben, die von Literatur eigentlich keinen blassen Dunst hatten, also die kein Ohr hatten dafür, wie was klingt. Welche Sprachebene im Original gestrebt wird, welche Dialekte, welche Slangs, welche Fachsprachen sich da vielleicht reinmischen, ob jemand eher kühler auftritt, ob jemand pompöser spricht. Man hat das nivelliert, man hat das planiert in deutschen Übersetzungen. Und die Idee dahinter war, wir brauchen da gar keine guten Übersetzer für, wir können das ganz billig machen, weil das sind doch im Original alles nur Häkler, das sind doch alles nur Rätselstricker, da geht es doch gar nicht um Literatur. Und das ist ein fataler Unfug. Ja, der britische Rätselkrimi hat als Autoren, zum Teil als erfolgreiche Autoren, Leute auf den Plan gerufen, die tatsächlich eigentlich keine begnadeten Schreiber waren. Es gibt ein paar damals erfolgreiche Autorinnen und Autoren, die sich gute Rätsel ausdenken konnten. Und die die ziemlich Hölzern umgesetzt haben. Aber Leserinnen hat es genügt, die hatten so viel Spaß an diesem Rätselspiel. Das entwaffnet einen als Literaturkritiker ziemlich, das sind wir ja alle, wenn wir auf YouTube über Literatur sprechen. Wir betreiben ja dann alle Literaturkritik. Ich habe das eine Zeit lang ja auch beruflich gemacht. Das stellt einen vor die Frage, ob man das als Literatur betrachten darf, wenn es gar nicht als Literatur gemeint ist, ob das dann viel Sinn macht. Ob man dann nachvollziehen kann, was die Menschen davon haben, von solch einem Text. Aber es ist eben nicht immer so, dass diese Leute nur so daneben schreiben. Und da können wir jetzt wieder zurückkommen auf Nicholas Blake, an dem wir gerade den Anfang von Malice in Wonderland gehört haben. Nicholas Blake heißt gar nicht so. Nicholas Blake heißt, oder hieß im richtigen Leben, er hat 1904 bis 1972 gelebt. Er hieß Cecil Day-Lewis. Und wenn euch der Name Cecil Day-Lewis nun irgendwie bekannt vorkommt, der Nachname, beziehungsweise die beiden Nachnamen, Day-Lewis, ja, es ist der Vater des großartigen Schauspielers Daniel Day-Lewis. Cecil Day-Lewis war der Sohn eines protestantisch-irischen Kirchenmannes, der als Cecil, glaube ich, drei Jahre alt war, mit ihm nach England umgezogen ist, mit der Familie. Er ist also in Großbritannien aufgewachsen, nicht in Irland. Und er ist erst mal Dozent geworden, Lehrer, Rudi-Dozent, er hat klassische Literatur übersetzt. Und er hat Gedichte geschrieben. Gegen Ende seiner literarischen Karriere ist Cecil Day-Lewis dann sogar, ja, man übersetzt das gerne als Hofpoet. Er ist gewürdigt worden von Queen Elizabeth II. beziehungsweise von deren Beratergremium in literarischen Fragen. Und er ist dann der berühmte Poet Laureate geworden. Also, man darf das, glaube ich, so sagen, einer der Hofdichter der Britischen. Und das passt jetzt schon mal gar nicht zu dem Klischee, das seien unbeholfen Leute, die literarisch gar nichts drauf hätten. Aber schlimmer noch, Nicholas Blake alias Cecil Day-Lewis zerstört gleich noch ein anderes Klischee. Das Klischee ist nämlich, dieser Rätselkrimi ist furchtbar reaktionär. Der ist ein Krimi, der die klassische britische Ständegesellschaft abfeiert. Der dieses Oben und Unten verherrlicht. Der uns immer wieder in diese klassischen Landhaus-Szenarien führt, um uns auf Seite der Herrschaften und gegen die Dienerschaft zu stellen. Oder der sich bestenfalls über die Diener, über den berühmten Butler, der dann auch in Verdacht gerät oder den Gärtner lustig macht. Oder eben zeigt, Ja, das sind die, von denen am ehesten Verbrechen zu erwarten sind, aber die müssen dann auch bestraft werden, damit alles wieder stabil ist. Ganz wichtiges Wort, Ordnungswiederherstellung, Stabilität. Das ist angeblich der Wesenszweck des Houdani, des Britischen, zu zeigen, dass die Welt wohlgeordnet ist, so bleiben sollte, wie sie ist. Und dass, wenn eine kleine Störung auftaucht, diese Störung identifiziert, eingegrenzt und beseitigt werden kann. Also, nach dem Mord, die Ermittlung des Täters und die zumindest Verhaftung und daran schließt sich dann automatisch an, da darf man gar nicht dran zweifeln, die Verurteilung, das Ewige weggeschlossen werden, die Unschädlichmachung, vielleicht gar die Hinrichtung des Verbrechers. In seinen jüngeren Jahren ist Cecil Day Lewis Marxist, überzeugter Marxist. In den 30er Jahren, da schreibt er schon Rätselkrimis, glaubt er zugleich noch daran, dass Moskau gerade eben ein Gesellschaftsmodell ausprobiert, das auch für Westeuropa passen könnte und dass da, wo die in die Irre gehen, wir zumindest den Versuch wagen sollten, nicht in die Irre zu gehen und unsere Gesellschaften auch umzustellen hin Richtung Kommunismus. Von dieser Idee wird er kuriert, wie viele andere durch den Spanischen Bürgerkrieg und es ist dann nur noch eine zähneknirschende Solidarität, die er eben mit der Sowjetunion hat, weil auch sie von Nazideutschland angegriffen wird und eben ein wichtiger Kriegsverbündeter erstmal ist, um Nazideutschland niederzuringen. Er hat aber auch ganz klar natürlich das vor Augen, der Faschismus ist kein deutsches Phänomen, der Faschismus ist ein Phänomen, den das allen Gesellschaften droht, wenn man nicht aufpasst. Dann entwickelt sich rechts was, was die ganze Gesellschaft zerstören kann. Wir erkennen das Problem heute. Also auch da Cecil D. Lewis als Bewahrer der britischen Ständegesellschaft, völliger Quatsch. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck seines Houdanits. Und wenn ihr euch die Biografien vieler großer Houdanit-Meisterinnen, es gibt ja im Bewusstsein der Nachwelt vor allem die Queens of Crime, Dorothy Sayers, Agatha Christie, Nioh Marsh, Marjorie Ellingham. Das sind Menschen, die auch in ihrer Biografie oft, und auch die Männer, von denen dann heute nicht mehr so viel die Rede ist, das sind Menschen, in ihren Biografien oft Geheimnisse haben, die Lebenslügen leben, oder die ein Doppelleben führen, oder die einfach qua Denken, qua Fühlen, abweichen von der Klasse, zu der sie gehören, und die subversive Hinweise darauf oder ganz offene Spötteleien und Attacken in ihre Werke packen, wenn man diese Houdanits liest. Ich will den nicht nur loben. Das ist jetzt hier kein Video, das sagt, geht los, kauft euch blindwütig rechts und links Houdanits, zumindest die von großen Namen, und dann wird euch eine große Überraschung, ein ungeahntes Vergnügen erwarten. Nein. Ich lese manchmal ein Houdanit und denke dann, es ist doch auch Talentverschwendung, trotz all dem, was er da tut. Dieses Buch wird zu sehr gehemmt von der Aufgabe, auch Rätselkrimi zu sein. Und dann wieder lese ich ein Houdanit und denke, es ist eigentlich ganz interessant, dass es hier um das Rätsel geht und doch so viel mehr geboten wird an kleinen Ausblicken auf die Welt, an kleinen Spitzen gegen die Welt, links, rechts und in der Mitte. Ich bin da selber unentschieden. Es ist nicht meine liebste Literaturform, es ist schon gar nicht meine liebste Krimiform, aber von diesem Gedanken, den ich früher hatte, von diesem Klischee, von diesem Feindbild, bin ich weg. Der Houdanit ist reaktionär, simpel und systemstabilisierend. Die Ordnung würde wieder hergestellt im Roman. Es sei so beruhigend, dass der Detektiv immer herausfinden könne, wer etwas getan hat und dafür sorgen, dass die Schuldigen bestraft werden. Mal abgesehen davon, dass wenn man sich klassische Houdanits anguckt, man auch zugegeben Ausnahmen findet, in denen der Schuldige nicht bestraft werden kann, in denen man seiner nicht habhaft werden kann oder in denen man zwar weiß, dass er oder sie das getan hat, aber zugleich weiß, dass das vor Gericht nicht Bestand haben wird. Dass der oder die davon kommen würden, dass keine Anklage möglich ist, abgesehen von diesen Ausnahmen. Im Einzelroman mag das ja stimmen. Wir lesen eine Geschichte, die dem ganz klassischen Muster folgt. Nehmen wir mal so eine. Ein paar Menschen kommen aus irgendeinem Grund in einem Landhaus zusammen, verwandte, bekannte Freunde des Hausherrn. Es ist ein Wochenende, das eigentlich aus gemessenen Gesprächen, Teatime und Spaziergang im Park und was weiß ich, was bestehen soll. Und jetzt liegt da plötzlich eine Leiche. Und entweder der Detektiv gehört schon zu den Gästen oder er wird allen herbeigerufen und er muss jetzt herausfinden, wer war es, wer hat diesen Mord begangen. Und er muss das herausfinden eben anhand von Türenknarren oder Türenschlagen, Dielenknarren, von wer hat wen, wann, wo gesehen, wer macht wann, welche Bemerkungen, die was verrät, bei wem sieht man, wann war es in der Tasche oder durch die Zimmertür, solche Dinge. Und dann ist eben alles ermittelbar und aufklärbar und die Welt ist in Ordnung. Jaja, wenn ihr diesen einen Roman lest, dann stimmt das ja. Aber nun ist doch bezeichnend, dass gerade auf dem Höhepunkt dieser Literaturform 1920 und 1930 eine Unmenge Leute quasi süchtig ist nach dieser Art Literatur, nach diesem Ausstieg aus ihrer eigenen Lebenswirklichkeit. Und die lesen nun beständig solche Krimis. Wenn die ein Buch in die Hand nehmen und da versammelt sich gerade eine Gesellschaft in einem Landhaus oder anderswo, dann erwarten diese Leser sofort, nicht alle werden dieses Treffen, diese Zusammenkunft überleben. Jemand wird da bald tot am Boden liegen. Das ist doch keine Ordnung. Es ist doch keine Ordnung, wenn mal um mal um mal um mal Leute umgebracht werden. Es ist doch keine Ordnung, wenn der Detektiv zwar innerhalb dieses einen Landhauses zumindest klären kann, was ist passiert und wer war schuldig, aber dann quasi auf die Uhr gucken muss nach der Benennung des Schuldigen und sagen, ich muss aber gleich weiter im nächsten Landhaus, warte der nächste Mord auf mich. Was sind denn das für geordnete Verhältnisse? Da hat also auch Akademia, die da schöne Abhandlungen darüber geschrieben hat, über die Wiederherstellung und die Stabilisierung der Ordnung, völlig aus dem Blick verloren, dass die Menge dieser Bücher und die Menge des Konsums eine Änderung der Botschaft bringt. Quantität schlägt da in Qualität um. Die vielen Morde, die vielen zerstörten Landhauswochenenden und es geht ja oft auch um viel realistischere Lebenssituationen als das Landhaus, erzählen von Zerrüttung. Sie erzählen dann halt auf eine bekömmliche Variante, mit der man sich noch auseinandersetzen kann von der Unordnung in der Welt. Sie geben einem die Möglichkeit, anders als vielleicht die Zeitungslektüre mit den neuesten Geschichten über den Zerfall von Demokratien, über das Auflackern von Kriegen, über Hungersnöte, über Großverbrechen, über Kleinverbrechen, über Rohheitsdelikte, über Wirtschaftskriminalität. Sie geben einem anders all das die Chance, es wirklich zu verarbeiten, damit umzugehen. Aber es ist eben nicht nur, auch aber nicht nur, die Abkehr von der Welt. In der Abkehr von der Welt für ein paar Stunden Erholung ist auch so ein Zurückgucken drin, wo man sagt, okay, und von hier aus kann ich mir auch zugestehen, da hinten ist überhaupt nicht alles in Ordnung. Und zwar so, dass es hineinleuchtet, auch in diese kleine Rätselidylle, mit der ich mich hier zwei Stunden vergnügen will. Das finde ich beim Houdanit ganz wichtig. Man muss es im Auge halten. Ich kann es nicht immer so empfinden beim Lesen. Ich habe da nicht immer mein Vergnügen dran, weil ich denke, ja, ich habe das ja begriffen. Ich weiß das ja. Aber ich habe gelernt, dass andere Menschen anders lesen als ich. Und ich kann das gut und gerne respektieren, wenn man Houdanits solchen Spaß hat, dass man die am liebsten liest und die in Serie liest. Und vor allem, ich habe immer wieder Houdanits, von denen ich denke, ja, die verstoßen so sehr gegen alle Regeln, die man sich gegeben hat. es gab ja auch einen Detection Club, einen Zusammenschluss von Kriminalautoren, der sehr abweisend war, der also nur aufnahm, Menschen, die zwei verdienstvolle Kriminalromane mindestens geschrieben hatten und die dann auch von zwei der Mitglieder vorgeschlagen werden mussten. und da kam nicht jeder Krimi-Autor rein. In diesen Detection Club, das waren nur die Größen. Der Zunft dieser Detection Club hatte sich Regeln gegeben. Daher kommt eben diese Idee, er sei wirklich mechanistisch, weil es ein Handbuch, ein Schreibhandbuch gibt, wie soll so ein Houdanit aussehen. Aber mal abgesehen davon, dass diese Regeln einerseits zwar streng sind, aber andererseits auch sehr offen. Also, der Leser muss alle Informationen haben. Es darf dies nicht geschehen und jenes, der Detektiv, darf nicht plötzlich Inspiration aus dem Nichts bekommen. Und so. Das eng Literatur noch nicht so ein, dass sie nicht geschrieben werden könnte, dass man nur mechanisch, oder dass man nur häkelt, dass man nur mechanisch sich entlang der Vorschriftslinien bewegt. Und zudem haben gerade die Mitglieder des Detection Clubs fast alle reihum gegen diese Regeln verstoßen. Also nicht gegen alle auf einmal, aber immer wieder gegen die eine oder gegen die andere. Sodass eigentlich das Fazit bleibt, der Normalzustand des Houdanit ist die Abweichung von der Normalität des Houdanit. Man findet es in ganz vielen der Bücher, zumindest in denen, die Bestand hatten, die wieder aufgelegt werden, die heute noch gerne gelesen werden. Eben dieses Reizes, den sie ausüben, durch den Widerspruch zwischen Gemütlichkeit und ein bisschen Ungemütlichkeit, zwischen überschaubaren Regeln und doch genasführt werden. Es gab damals skandalartige Veröffentlichungen, wo sich wirklich die Grimmie-Freunde sehr empört haben, wenn allzu offensichtlich gegen Regeln des Detection Club verstoßen wurde. Wenn dann also so böse Sachen passierten, wie der Täter ist der Detektiv selbst. Das darf natürlich gar nicht sein. wie konnte er so eine blöde Überraschung aus dem Wut ziehen. Aber das ist so griffig für uns als Nachwelt, dass wir dann denken können, ja, die bestanden damals so völlig auf ihren Regeln. Nein, es gibt so einzelne grobe Regelverstöße, die dann Menschen erregt und aufgeregt haben, aber viele Regelverstöße wurden geschätzt, geliebt oder zumindest duldend hingenommen, während viele der anderen Bücher, die wirklich treu allen Regeln folgten und die treu vor allem ein Rätsel sein wollten und weniger eine Erzählung, dann eben auch heute allenfalls aus den Antigoriaten gefischt werden können. Die hat niemand je wieder aufgelegt. Und auch damals war ja nicht jeder Hudanit immens erfolgreich, wobei man schon staunt, wie viele Hudanits es gab und das dann doch schon auch ziemlich hölzerne Büchlein noch ihren Abnehmer fanden. Aber es wäre eben ungerecht, ein Genre, eine Literaturgattung von ihren schlechtesten Beispielen her zu definieren. Macht man ja mit anderen Sachen auch nicht. Gut, ich hoffe, ihr konntet damit jetzt irgendwas anfangen zum Einstieg in die Krimi-Reihe. Ich weiß auch nicht, ob ich uns jetzt einen Stein aus dem Weg gewälzt habe, nämlich diesen Hudanit, um den man sonst eigentlich nicht herumkommt und sagen, damit ist jetzt das erklärt und der Weg frei für anderes oder ob ich uns den Stein in den Weg gerollt habe. Und da schon klar ist, eigentlich müssen wir uns sehr viel mehr Hudanits näher angucken, als ich jetzt im Moment gedacht habe. Dazu könnt ihr ja gerne in den Kommentaren sagen, was ihr jetzt denkt von oh Gott, nie wieder irgendein Wort zu Hudanit, bitte, was kein Versprechen ist, dass ich mich dann daran halte, bis hin zu ja, gerne jede Woche ein Hudanit, was dann sicher auch nicht so passieren wird, aber sagt, bin gespannt, ob ihr Hudanit-Leser seid und ob euch die Cozy-Seite der Hudanits anspricht oder eher die anderen Seiten. ansonsten geht's glaube ich, es kann sein, dass es einen Zwischenruf gibt, denn versuch mal ein wirklich kürzeres Video zu machen, aber ansonsten geht's dann irgendwann hier mit Don Quixote weiter. Bis dahin, Booktube, viel Spaß beim Lesen, wir sehen uns, tschüss. Bis zum nächsten Mal.